Johnny, was hast du denn? Hat er doch gesagt, ein Gummiboot. Hey, wer von euch hat Lust? Eine kleine Bootswartie gefällig. Er hat ein schickes Boot, ein rotes Gummiboot. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fangen wir hinaus. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Und in dem Abendrot kommen wir nach Haus. Johnny ist mutig und stolz wie Lord Nelson. Auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und plätschert die Regen. Grob der Verwegen. Und sollte die Luft uns entweichen. Ja, das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot. Und er, er pumpt es auf. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fangen wir hinaus. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Und in dem Abendrot kommen wir nach Haus. La, 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 la. La, 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 la. thy vídeos. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Und in dem Abendbrot kommen wir nach Haus. Donnie, was ist denn? Es war doch nicht so gemein.